Hallo zusammen und herzlich willkommen zu 90 Sekunden mit Mauro. Letzten Mittwoch fragte mich ein Jugendlicher, ob ich einen Tipp hätte, wie er mit seinem Vorgesetzten umgehen sollte. Der Umgang mit Vorgesetzten ist selten einfach. Im Idealfall hört dir eine vorgesetzte Person gut zu. Sie fördert, aber sie fordert dich auch. Nur so ist es möglich, dass du dich weiterentwickelst in deinem Leben. Nun, Idealfall und Realität ist nicht immer dieselbe Sache. Ich kann dir nur empfehlen, sei du selbst die Veränderung, die du dir wünschst. Heißt konkret, mach du selber im Privaten wie im Geschäftlichen die ersten Schritte, in dem du gut zuhörst, in dem du förderst und forderst. Dann, dann wird sich deine Gegenwart und deine Zukunft verändern. In diesem Sinne wünsche ich dir, wünsche ich euch eine schöne Woche. Tschüss.